Das ist die Kamera heute. So, hab ich nicht gesehen, man. Das ist gerabt noch, schau, oder. Totti ist nicht ready. 21,96. Aber ich bin ja... Aber ich glaub, ich wär besser. Ein Gelb, ein Blauer und ein Rotor. Irgendwie scheißen sie sich gerade alle ein. Wer? Nein, sie sind zu dritt. Du scheiß dich nur ein. Dennis will nicht. Du hast keine Chance. Du hast nicht mal Knirsch, ja? Ich hab 50 Ladetämpfer. Wirklich recht. Wirklich recht. Los geht's. Los geht's. Das schafft er schon. Das sagen wir es schon. Was er nicht kann, ist stärker werden als der Mann. Brauchen wir jetzt hier 12 Desputers rum, oder? 1,3, oder? 3,6, 2,8. 3,6, 2,8. 2,98. Ja. 200, 2,98, ein 93. Nein, unbekannt. Unbekannt? Unbekannt, endtort. Einfach so reingetan, oder? 15 unbekannt. Aber den hab ich auch, man. Boah, easy, man! Das ist echt gut unterwegs, Jungs. 100 Sekunden und nicht mal Ding, oder? Ja, fast schon die Hälfte. Ja, ja. Wir werden mehr als 20 Sekunden der Restzeit haben. Da ist, daumen, fast eine Minute Zeit. Viel zu krass, Alter. 50 Sekunden, Alter. Wir haben die anderen um eine halbe Minute geschlagen. Ich wusste, dass er so leicht ist, auch wieder nicht. Ich habe nicht mal mein Team geändert, also wiederbelebt. Wäre ich auch nicht. Ich wäre, ich wäre ready. Easy, Mann. Easy, Mann. Fast Rucks. 50 Sekunden, Alter. Leute, mehr Schaden gemacht als Dennis. Gengar Beste. Ja, weil ich war mit der Hand, Mann. Ja, 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 Dennis. Alles klar, Mann. Alter, der Schleppste. Ich merke dich am Wursch. Investieren direkt gar nichts. Und Sven? Dennis. Du hast einen 100er, Robert. Nein, Mann. 22.09. Endschlecht. Wir sind echt aber schlechter bei dir. Nie wieder investieren, Alter. Wir haben ihn lieber zum Slimer gefahren. Ja, Mann. Echt so. Sagt da jetzt, ich soll dir Geld zurückgeben, Alter. Jetzt liegt alles auf einmal eins an mich, Mann. Erstmal 50, dann wieder 50. Ja, Mann. Aber Roman ist egal, der hat. Ich? 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 Ich bin mit dem Grundhaften Hütter. Nein, 50. Aber dann werden sie sich hier an. Letzte Wochen waren sie jetzt schon dabei, ja, gell? Also nein, nach Letztem. Alle sind immer dabei. Heute schon immer, weil er ist immer dabei. Ja, wir waren jetzt wieder so. Ohne mich gibt's keine Ruhe. Wir sind doch dann erst mal ins Auto aufgetrandet, ey. Dafür sind die Luftwaffe. Du darfst dich aber nicht fassen. Du darfst dich nicht. Das ist dein erster Ball. Echt? Der erste Ball als der Nase. Hier ist das. Fam! 100% Mewtwo gefangen. Echt nicht, glaubern doch nicht. 22,7,5. Echt, das glaub ich nicht. Echt, glaub ich nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nice! 100%! Geile Scheiße, Alter! Krasser Typ, Alter! Läuft bei dir! Hoffentlich mit Sonara wäre gefahren. Oder alles für die Clips! Alles für die Clips! Das wäre heftig! Wie viele Einschläge sind? Oh mein Gott! Erst ein 3er Mewtwo-Raid, und dann auch noch Hunderter. Krasse Scheiße! 100% Mewtwo! Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist das von mir. Will mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Poco und CS Business!